Nach über 20 Jahren zwischen Regional- und Oberliga ist der SSV Ulm endlich in die 3. Liga aufgestiegen und überrascht dort so einige, indem sie sich aktuell auf dem 2. Tabellenplatz befinden im Aufstiegsrennen um die 2. Bundesliga. Heute soll die Überraschung aber nur größer werden, denn zum Ende wollen wir natürlich die Champions League gewinnen. Bevor wir damit loslegen, Liebe da lassen, Daumen nach oben, für euch ein kleiner Klick, Abo-Glock, um nichts weiteres zu verpassen, Kommentar von Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen, Likesachen hoch, die euch gefallen und jetzt Leute, legen wir los. Anders als in der Realität wird es, glaube ich, für uns nahezu unmöglich werden, den Aufstieg mit dem Kader, den ihr gerade im Hintergrund seht, direkt hier im ersten Jahr zu packen. Hinzu kommt das Budget, denn das sind nicht, wie es hier steht, 2 Millionen Euro, sondern, ja, es sind 1,5. Um das Konto ein bisschen zu füllen, habe ich jetzt erstmal alle Spieler, die 25 Jahre oder älter sind, auf die Transferliste verfrachtet, dementsprechend bringen diese Spieler eben auch kein Potenzial mit und dürfen den Verein eben verlassen. Die Verkäufe sind im vollen Gange, die Drittligasaison beginnt jetzt aber auch schon, das heißt, wir müssen uns jetzt endlich um die ersten Neuzugänge kümmern. An der Stelle kommentiert mal gerne, wie viele Namen ich im heutigen Video falsch aussprechen werde. Würde mich interessieren, denn der erste ist, glaube ich, einer dieser Kategorie à la Betfion von Girondeau-Bordeaux, unser neuer Keeper, 18 Jahre Junge, 62er Gesamtstärke, eines der besten Talente, was diesen Gesamtstärke-Bereich angeht, mit eben einem Potenzial immerhin von 81. Dieses 81er Potenzial hat auch unser zweiter Neuzugang. Da verpflichten wir also von Schalke 04, Keke Top, 19 Jahre Junge, 65er Gesamtstärke, gerade schon erwähnt, 81er Potenzial mit einem der letzten Updates neu im Karrieremodus vorhanden und jetzt eben unser zweiter Neuzugang. Der dritte Transfer wird dann auch ein Liga-interner Transfer aus der dritten Liga. Und da verpflichten wir vom Namen her eines der bekanntesten Talente in der dritten Liga aus den letzten Jahren, auch wenn mich nicht alles täuscht, mit Positionswechsel vom BVB 2 Prinz an den kommt. Da haben wir einen Spieler eingetauscht, keine Ablösesumme obendrauf bezahlt. Der Spieler, den wir eingetauscht haben, das ist Romario Rösch, für die Leute, die es interessiert. Auch in der Innenverteidigung wollen wir uns verstärken und verpflichten Brahim Taure von Korn. Aus der zweiten französischen Liga tauschen wir einen Innenverteidiger ein und zahlen nochmal 700.000 Euro drauf. Knapp über eine halbe Million sind es dann für unsere neune Flügelspieler. Ist noch mehr zu bekannt, ein ehemaliger Schalker, der jüngere Bruder von Leroy Sidisane, kommt mittlerweile bei Braunschweig unter Vertrag für 650.000 Euro. Mit der Stürmer von der Position ändern wir natürlich zum rechten Flügel. Ein Platz in unserer Dreikette ist frei geworden und diesen Platz übernimmt Finne Jelsch vom Klub. Vom 1. FC Nürnberg verpflichten wir ihn also für Sascha Risch und 230.000 Euro nochmal obendrauf. Das absolute Top-Talent. 16 Jahre zum Start der Karriere, mittlerweile 17, 62er Gesamtstärke und ein Potenzial über 80. Für einen Transfer soll das Geld aber noch reichen. Aus der französischen zweiten Liga, wie auch schon unser Innenverteidiger von Korn, kommt also der 19 Jahre junge Le Breton, 63er Gesamtstärke, 81er Potenzial. Und damit sind wir wirklich, was das Geld angeht, komplett ausgeschöpft. Und die Startelf sieht dann wie folgt aus. Fragt mich bitte nicht, was diese Formation ist, Leute. Notgedrungen also erstmal ein 5-2-3, weil Anning erstmal Linksverteidiger spielen muss. Positionswechsel dauert über 30 Wochen. Sieben Neuzugänge sind es insgesamt. Davon befinden sich jetzt auch alle sieben direkt in der Startelf. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, Leute, mit der Ulm-Truppe aus der Realität können wir wahrscheinlich im ersten Jahr noch nicht ganz mithalten. Und so wird es auch erstmal nur der elfte Tabellenplatz im ersten Jahr in der dritten Liga. Ich glaube, damit würden sich aber auch in der Realität, wenn es so laufen würde für Ulm, einige Fans anfreunden können mit Platz 11. Also erstmal Mittelfeldplatz, nichts mit dem Abstieg zu tun, aber eben auch nicht wie im Real Life mit dem Aufstieg. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Von den Entwicklungen lief es im Endeffekt doch ganz gut. Warum sage ich im Endeffekt die erste Saisonhälfte, also die Hinrunde, war eine absolute Katastrophe. Der Assistenztrainer hat gemacht, was er wollte, Leute eingesetzt, wie er wollte. Da hattest du auch mal den 55er Keeper im Tor als Perspektivspieler, anstelle von dem guten Kollegen hier. Positive Überraschung des ersten Jahres war Sidi Sané, der auch am Ende auf die Mitte meisten Scorer kommt. Kicke-Top dafür, der absolute Flop zum Start in der dritten Liga. Gerade mal sechs Treffer als Vergleich, Freunde. Wir haben hier einen Jugendspieler, der hat auch irgendwie gespielt. Sieben Spiele, vier Tore. Die Jugend ist ein gutes Stichwort, denn wir hatten zum Start einen Ein-Stern-Ein-Stern-Scout. Und ich hab den einfach mal losgeschickt. Und siehe da, Leo Vogt, 17 Jahre jung, 63er Gesamtstärke und Potenzial von mindestens 90. Und tatsächlich, Leute, zu den Profis gezogen und Leo Vogt hat ein Potenzial von 93. Wirklich crazy. Und damit vielleicht auch ein Spieler, ein Talent in dem Fall, der bis zum Ende am Start sein kann. Das erste Jahr jetzt erstmal weitestgehend heil überstanden. Im nächsten wollen wir aber richtig angreifen. Nicht nur was die Transfers angeht, sondern auch im Aufstiegsrennen um die zweite Liga. Der erste Neuzugang für die zweite Saison ist eingetütet und es wird ein neuer linker Flügelspieler. Leo Cienzer, oder wie der Kollege auch immer ausgesprochen wird, verlässt den Verein in Richtung Hertha. Und dafür verpflichten wir mit einer Million obendrauf noch Derri Scherhante für den linken Flügel. Anders als Sienzer eben ein junges Talent. Zwar erstmal schlechter in der Gesamtstärke, aber natürlich mit mehr Potenzial. Da haben wir auch den zweiten Neuzugang. Ähnlicher Deal wie beim ersten, denn wir tauschen wieder einen Spieler von uns selber ein und zahlen nochmal ein bisschen Geld obendrauf. In diesem Fall ist es der Innenverteidiger Tom Gahl. Nicht zu verwechseln mit Louis Fajal, den wir eintauschen. Und dafür kommt, jetzt wird's wieder wild, Alessandro Cercati. Cercati, ich kann's leider nicht genau sagen, Leute. Ist Australier von der Nationalität, Name aber super italienisch. Wenn ihr's wisst, kommentiert's gerne. Für einen Neuzugang reicht das Geld hier noch im zweiten Jahr. Wir holen den Patrick Noama von Brescia aus der zweiten italienischen Liga. 18 Jahre junge, 64er Gesamtstärke. Wir profitieren auch davon, dass der Vertrag ausläuft. 82er Potenzial. Und ein Spieler, der in der zweiten Reihe sich hoffentlich gut entwickelt. Und dann vielleicht sogar irgendwann in die Startelf rückt. Wisst ihr was, Leute? Ich red mich ja immer darüber auf, dass der Assistenztrainer irgendwelche Perspektivspieler gefühlt Stamm spielen lässt. Bei ihm wird's jetzt genau das Gegenteil sein. Er ist Rotationsspieler. Und seht zu, wie er zum Ende der Saison drei Einsätze hat. Und das hier ist also die Mannschaft, die zumindest in meinem Kopf den Aufstieg in die zweite Bundesliga packen könnte. Denn wenn wir uns das Ganze angucken, ich hoffe, alle Spieler werden vielleicht bis zum Ende der Saison so ungefähr eine 70er Gesamtstärke haben. Und das könnte dann vielleicht reichen. Mit eben Scherhant hier neu auf dem linken Flügel. Zirkati, Zirkati, wie auch immer in der Innenverteidigung. Und gerade von Kick-It-Top, wir hatten das Thema, erwarte ich mir jetzt was. Ein paar Tore, gerade in der dritten Liga, gerade für seine Gesamtstärke. Und es hilft ja auch dem Potenzial. Also mach was, Junge. Ob ein möglicher Aufstieg jetzt aber nur ein Hirngespenst vor mir bleibt oder sogar Realität wird, das gilt es jetzt herauszufinden. Angekommen im Juni 2025, kann ich euch so viel sagen, das Jahr lief deutlich besser. Einziges Problem ist nur, gerade zum Ende haben wir mehr als nur gestrauchelt und kaum noch Spiele gewonnen. Uff, Leute. Es war denkbar knapp, aber wir haben es geschafft, Leute. Zweiter Tabellenplatz, 67 Punkte, einen an der Meisterschaft vorbeigeschrammt. Soll mir aber egal sein. Bielefeld holt in dem Fall. Osnabrück geht in die Relegation. Es war aber auch sehr, sehr knapp alles vorne, wenn man anguckt. Platz 5 ist auch nur 7 Punkte von uns entfernt. 3 Punkte weniger auf dem Konto. Und es würde eben für uns in die Relegation gehen. Gut, ist aber nicht. Das ist die Hauptsache. Dieses Jahr haben wir auch am DFB-Pokal teilgenommen. Sind aber halt direkt in der ersten Runde gegen die Hertha ausgeschieden. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Wie ich es mir erhofft hatte, bis auf Jeltsch und Brandt, der sogar noch vom Anfangskader, genauso wie Agaia, übrig geblieben ist, haben jetzt alle Spieler in der Starthilfe mindestens eine Gesamtstärke von 70. Und wer weiß, wie es nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga aussieht. Denn diese Mannschaft braucht sich auch in Liga 2 alles andere als verstecken. Von den Scorern dieses Jahr, Kick it Top. Joa, ist in Ordnung. 11 Tore, keine Vorlage. Wir haben Sidi Sané wieder mit 19 Scorer. Er war eine Scherhand, der Top-Scorer mit 22 Torbeteiligungen. Und auch Leo Vogt, unser Top-Talent. 9 Tore in 21 Spielen. Das ist echt nicht schlecht. Der erste Aufstieg ist also gepackt. Weiter geht es mit Saison Nummer 3 und der zweiten Bundesliga. Und vielleicht auch einem ordentlichen Transferbudget. Dieses Jahr waren es nämlich 3 Millionen Euro. Im ersten Jahr ja 1,5. Vielleicht kommen wir jetzt in Saison Nummer 3 auf vielleicht 7, 8 Millionen. Das wäre ja nicht schlecht. 5 Millionen Euro, denkt man erst. Wenn man mal wieder genau drauf guckt. Ja, 4,6 Millionen Euro. Ey, ihr wollt mich doch rollen. Soll uns aber nicht aufhalten, die Mannschaft vielleicht dennoch ready zu machen, den nächsten direkten Aufstieg zu packen. Transfer Nummer 1 für die zweite Bundesliga ist eine Herzensangelegenheit. Ein ehemaliger Ulm-Jugendspieler kehrt also zu alter Wirkungsstätte zurück. Es ist auch ein mehr als nur bekannter Spieler. Loris Karius kommt also. Soll in der zweiten Bundesliga unser Tor hüten. Im Idealfall auch den Aufstieg mit in die Bundesliga mitmachen. Von Young Boys kommt er hier in dem Fall für knapp eine Million Euro. 32 Jahre alt, 72er Gesamtstärke. Und damit werden wir auch unsere ehemalige Nummer 1, das Talent, verkaufen. Unter eine Million Euro haben wir damals selber für unsere ehemalige Nummer 1 bezahlt. Und jetzt bekommen wir 7 Millionen von Darmstadt. Die richtig dicke Kohle gibt es jetzt aber für Prinz Aning. Denn da bezahlt Hellas Verona 20,7 Millionen Euro. Unfassbares Geld für die zweite Liga. Nun wird es aber auch Zeit für uns, das erste absolute Top-Talent zu verpflichten. Von OG Zinitza mittlerweile hier in der Karriere kommt der 19-jährige Paul Wanner, 73er Gesamtstärke, 86er Potenzial und natürlich sofort Stammspieler bei uns. Der Nachfolger von Prinz Aning ist aber kein linker Mittelfeldspieler, sondern ein richtiger Linksverteidiger, womit wir jetzt auch mit einer wirklichen Fünferkette wieder spielen wollen. Sein Nachfolger kommt aber nicht aus der zweiten, sondern aus der ersten Mannschaft. Vom BVB Tom Rotes Vertrag läuft aus und wir profitieren nach vorne, zahlen 7,8 Millionen Euro und haben ein weiteres Top-Talent in unseren Reihen. Nach zwei Jahren bei Ulm darf jetzt aber auch Sidi Sané den Verein verlassen und geht für 7 Millionen Euro Richtung Espanyol Barcelona. Das Ganze mache ich aber nicht planlos, Leute, denn Leo Vogt soll seine Rolle übernehmen, hat immer noch ein Potenzial, etwas Besonderes zu werden und das soll er natürlich nicht verlieren. Ganz am Ende sind wir aber noch nicht, Leute. Wir machen weiter mit Neuzugängen, wir haben noch das Geld und vielleicht schaffen wir ja wirklich den nächsten Aufstieg. Und dabei soll uns Alexander Pavlovic von den Bayern behilflich sein, mit Wanner ein ehemaliges Bayern-Talent verpflichtet von Nizza eben und hier spielt er sogar noch bei den Bayern. Dann 73er-Gesamtstärke, Potenzial nach oben ist vorhanden, wissen wir ja aus der Realität. Und selbst nach diesem Pavlovic-Transfer haben wir immer noch 9 Millionen Euro übrig, die ich aber jetzt erstmal nicht weiter anrühren werde, denn ich vertraue der Mannschaft hier eigentlich schon. Mit Vogt also neu auf dem rechten Flügel als Stammspieler, Wanner und Pavlovic im Mittelfeld. Wir haben in der Fünferkette Rote neu als Linksverteidiger und zu guter Letzt der ehemalige Ulm-Jugendspieler, Loris Karius ist auch back. Einzig und allein Jeltsch aufgrund seiner Gesamtstärke und Kicketop, weil er bisher kaum trifft, machen mir so ein bisschen Sorgen, aber zum Beispiel die ersten zwei Ligaspiele haben wir auch gewonnen mit 1 zu 0. Deswegen vielleicht gutes Ohm, gehen wir also rein in den Kalender und zum Juni 2026. Obwohl diese zweite Liga wirklich unfassbar anspruchsvoll ist, mit eben Stuttgart und Köln als Vereine, die mittlerweile abgestiegen sind, haben wir eine unfassbar gute Figur abgegeben und haben die Relegation erreicht. 64 Punkte auf dem Konto, Punkt gleich mit Darmstadt auf der 4 hinter uns, ja die Tordifferenz hat es entschieden und auch Heidenheim, also die ehemaligen beiden Absteiger, beide hinter uns und ja Heidenheim einen Punkt dahinter wiederum. Und nach vorne ist eine Lücke vorhanden, 8 Punkte auf den VfB Stuttgart, der 1. FC Köln wird unfassbar deutlich meistern mit 82 Zählern. Die Frage, die wir uns jetzt aber alle stellen ist, wie lief die Relegation für die Bundesliga? Dort sind wir auf die Hertha getroffen und haben das Ding gerockt, Leute. 5 zu 3 im Gesamtergebnis, Hinspiel 2 zu 2 und Heim dann das ganze Ding mit 3 zu 1 entschieden. Etwas, was ja sonst in der Relegation nicht passiert, dass der Zweitliga-Klub gewinnt. Deswegen bin ich auch in der Realität nicht so der Riesenfan von der Relegation, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu dem ganzen Ding kommentieren. Natürlich für die Show ist es cool, aber dass eigentlich in 9 von 10 Fällen der Bundesliga-Verein so gut wie sicher diese zwei Spiele irgendwie gewinnt und damit dann in der Bundesliga bleibt. Der Zweitligist eben noch weiter in der 2. Liga bleiben muss. Finde ich einfach nicht fair. Was meint ihr dazu? Kommentiert es gerne. DFB-Pokal dieses Jahr natürlich standardmäßig bei. Aus der 2. Liga sind wir sogar bis in Runde 3 gekommen und gegen Wolfsburg ausgeschieden. Und das hier ist also die Mannschaft, die den Aufstieg in die Bundesliga gepackt hat. Karius im Tor, eine Gesamtstärke sogar noch dazu gewonnen. Ansonsten haben wir die beste Gesamtstärke bei Rote gerade mit einer 78, Wanner 77, vorne die 3 75, 74, 76. Rest der Gesamtstärke seht ihr ja selber, aber ich bin sehr zufrieden, auch wenn nächstes Jahr in der Bundesliga sehr anspruchsvoll wird. Von den Torbeteiligungen in dieser Saison für mich Leo Vogt. Die positivste Überraschung als Jugendspieler. Jetzt mit 16 Toren und 6 Vorlagen. Scherhand weiter in die Nummer 1 mit 26 Scorer an. Kicketopp ist auch endlich mal aufgewacht. Plus 3 in der Gesamtstärke und 18 Torbeteiligung ist nicht der Überschnitt, aber in Ordnung. Und zu guter Letzt Paul Wanner auch 16 Torbeteiligungen mehr als nur erwähnenswert. Damit steht die 4. Saison also in den Startlöchern. In der Bundesliga das Ganze auch. Ich bin gespannt, wie es wird, weil es sollte klar sein, wir sind auf jeden Fall eins der schlechtesten Teams dort. Endlich angekommen in der Bundesliga hat der Ulm-Vorstand wohl gemerkt, dass man jetzt auch den Geldhahn ein bisschen aufdrehen muss für die Bundesliga gerade. Und deswegen haben wir 25 Millionen Euro Transferbudget. Let's go! Für die Bundesliga will ich auch erstmal das System ändern. Weg von 5er oder 3er Kette und endlich zurück auf eine gute alte 4er Kette. Auf der Doppelsechs, die wir gerade gesehen haben, braucht Alexander Pavlovich aber noch einen neuen Partner. Und das soll niemand Geringeres als Noah Mbamba von Bayern 04 Leverkusen werden. 21 Jahre mittlerweile alte, 74er Gesamtstärke, Potenzial nach oben ist natürlich vorhanden und soll aber auch auf seiner Hauptposition spielen. Nicht irgendwie Positionswechsel zum Innenverteidiger, sondern auf der Sechs ist er zu Hause. Nach nur einem Jahr zurück beim Jugendklub ist die Zeit von Loris Karius jetzt aber auch abgelaufen. Wie schon eben erwähnt, ich hatte gehofft, dass wir den Aufstieg in die Bundesliga mit ihm erleben können und genau das haben wir geschafft. Der Routinier wird aber jetzt eingetauscht. Noch ein bisschen Geld oben drauf, 8 Millionen Euro. Und dafür kommt das größte deutsche Torhüter-Talent, Dennis Simon. Ehemals vom VfB Stuttgart. Hier in der Karriere verpflichten wir ihn von Udinese Calcio. Lange haben die Verhandlungen gebraucht, aber am Ende wurden wir uns einig mit Leeds United für Dean Huyssen. Ich weiß auch hier wieder nicht, ob es so ausgesprochen wird. Der junge Innenverteidiger aus den Niederlanden, aktuell bei Juve unter Vertrag an die Roma, aber verliehen. In der Realität haben auch unter anderem der BVB Interesse an ihm. Also mal gucken, wo es dahin gehen wird. Hier ist klar, er geht zu Ulm, 21 Jahre alt, 76er Gesamtstärke. Wir tauschen Zitkati, Zitkati, wie auch immer ein. Zahlengeld obendrauf, Weiterverkaufsgebühr und was Leeds United nicht noch alles haben wollte für eben ein Upgrade von zwei Gesamtstärken. Das hier ist also die Mannschaft, die das erste Jahr in der Bundesliga, in dieser vierten Saison, erstmal nur überleben soll. Das ist das Wichtigste, aber Potenzial verlieren wäre auch jetzt nicht so nice. Also wir sollten schon im Idealfall nicht 15. werden, vielleicht Platz 10, 9, irgendwie sowas um Dreh. Potenzial ist ja vorhanden, vielleicht haben schon einige Spieler bis zum Ende der Saison die 80er Gesamtstärke. Das ist zumindest meine Hoffnung. Packeln wir also gar nicht lange rum und kommen zur ersten Kalendersimulation hier in der Bundesliga. Typisch für den Karrieremodus wäre jetzt nach so einem Aufstiegsjahr in die Bundesliga, dass wir im ersten Jahr völlig überperformen. Am besten noch irgendwie einen Champions-League-Platz erreichen. Ganz so schlimm in Anführungszeichen ist es aber nicht. Der 12. Tabellenplatz wird es hier beim Bundesliga-Comeback mit 40 Punkten auf dem Konto, das heißt die magische Grenze erreicht, um den Abstieg zu vermeiden. Da haben wir auch unter anderem Köln und Stugi, die beiden Vereine, die mit uns hochgegangen sind, gehen jetzt aber auch beide wieder runter. Pokal eigentlich nicht erwähnenswert, direkt in der ersten Runde gegen Karlsruhe geflogen. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Erstmal haben wir zwei Spieler mit Rote und Pavlovic, die den 80er-Bereich erreicht haben. Daneben haben wir aber auch, wenn ich mich nicht verzählt habe, insgesamt sechs Spieler, die kurz vor der 80er-Gesamtstärke mit einer 79 stehen. Insgesamt also ziemlich zufrieden, auch mit den Toren von Keketopp. Der braucht offensichtlich die Bundesliga, um warm zu werden. 21 Treffer sind es aber dieses Jahr. Scherhand auch nicht verkehrt mit 16 an der Zahl, Vogts mit 14, aber Wanner nur 10, bisschen enttäuscht. Von jetzt an kann es aber auch eigentlich nur besser werden und deswegen starten wir rein in Saison Nummer 5. Von nun an kann es nur besser werden. 17 Millionen Euro Budget, weniger als im Jahr davor. Ich habe nichts gesagt, ich nehme alles zurück. Von dem Geld ein paar Verträge verlängert und plötzlich stehe ich bei 5 Millionen Budget. Und damit ist eigentlich klar, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Spieler verkaufe, dann machen wir eigentlich gar nichts in dieser fünften Saison, was Transfers angeht. Und wisst ihr was, Leute? Dann machen wir das jetzt auch einfach. Wir bleiben keine anderen Mittel bis auf Allgeier, sind aber auch alle Spieler auf dem Weg, die 80er-Gesamtstärke zu erreichen im Kollektiv. Dann hoffentlich bis zum Ende der Saison und ich hoffe einfach, dass es ein besserer Tabellenplatz als die 12 wird. Denn angekommen im Juni 2028 kann man zumindest die Hoffnung haben, dass diese Mannschaft, die wir gerade gesehen haben, an den internationalen Plätzen dran ist, so ein bisschen schnuppert oder vielleicht sogar es gepackt hat. Oh mein Gott, Leute. Es ist Platz 6. Ich sage aber nicht deswegen, oh mein Gott, sondern wie knapp ist das bitte? Ein Punkt mehr Platz 5, zwei Punkte mehr Platz 4, drei oder vier Punkte mehr Platz 2 oder drei. Selbst der Meister, die Bayern, sind nur acht Punkte am Ende von uns entfernt. Hingegen der siebte Wolfsburg ganze 14 Punkte hinter uns mit Union Berlin. Bittere Pille, dass es nicht noch ein besserer Platz geworden ist. Vielleicht direkt die Champions League, aber mit der Europa League muss es ja, glaube ich, sein. Dann gebe ich mich auch mehr als zufrieden. Pokal hat Leipzig gewonnen. Damit steht also fest, wir spielen auf jeden Fall Europa League. Wie weit sind wir gekommen, ist die Frage. Ja, direkt mal wieder in der ersten Runde ausgeschieden. Und das hier ist die Mannschaft, Leute. Wenn wir Allgeier als Rechtsverteidiger mal ausklammern, dann ist das eine richtig, richtig starke und unfassbar talentierte Truppe, die wir also mittlerweile hier am Start haben. Keke Top, auch 82er Gesamtstärke. Vogt, unser bester Spieler, Jugendspieler mit einer 85. Und in Torbeteiligung dieses Jahr, Keke Top, sogar Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Wir haben Vogt wieder mit 15 Torbeteiligungen, Scheran mit 19 und Wanner bei 12. Damit jetzt also auf zur mittlerweile sechsten Saison, in der wir endlich das erste Mal international spielen. Immerhin hat der Vorstand erkannt, für die Europa League braucht es nicht weniger, noch weniger, sondern mehr Geld. 52 Millionen sind das Budget. Die Zeit von Bastian Allgeier hier bei Ulm, sie soll enden. Er wird zwar nicht verkauft und auch nicht eingetauscht, aber er soll ersetzt werden. Und das alles von Alex Jiménez, ein 18-jähriges Talent zum Start der Karriere vom AC Milan. Hier in der Karriere aber auch schon zum FC Barcelona gewechselt, passen eben dazu, dass er auch Spanier ist. 23 Jahre mittlerweile alt, 79er Gesamtstärke und ein 85er Potenzial. Einen ersten größeren Verkauf soll es jetzt aber auch geben, denn Derry Scherhan verlässt den Verein für 50 Millionen in Richtung Leeds United. Den Nachfolger für Scherhan, den habe ich schon vor dem Abgang von ihm ins Visier genommen. Das wird Justin Deal, ehemaliger Köln-Jugendspieler, beziehungsweise halt auch bei den Profis schon am Start gewesen. 83er Gesamtstärke, mittlerweile 23 Jahre alt, hier in der Karriere bei Montpellier unter Vertrag. Der Vertrag läuft aber auch aus, davon profitieren wir und zahlen nur knappe 40 Millionen. Und zu guter Letzt, Leute, will ich noch einen Abwehrspieler, einen Innenverteidiger, der von seiner Gesamtstärke über den anderen steht. Und das soll Malik Chau werden, der hier in der Karriere auch bei Girona spielt. Wir tauschen, wen hatten wir eingetauscht? Traoré und noch ein bisschen Geld um drauf bezahlt, 10 Millionen Euro. Gesamtstärkenmäßig ist das nicht der Riesenunterschied, zwei Gesamtstärken. Aber die können eben schon bedeuten, dass wir einen richtigen Abwehrchef haben. Äh, Bruder Justin Deal, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Deine Werte sind doch perfekt für den linken Flügel. Warum kannst du es denn nicht spielen? Ach, Leute, Mann, ich hasse den Karrieremodus manchmal. Der ist 23, der hat LM als Position, aber natürlich kann er mit diesen Werten, die wir sehen können, nicht auf dem Flügel spielen. Logisch, macht doch völlig Sinn. Somit sind wir also gezwungen, für die sechste Saison ein bisschen rumzuexperimentieren. Deal, den ich ja jetzt natürlich nicht verkaufen kann, muss zum 10er werden, dauert 11 Wochen. Vogt, unser Flügelspieler, muss dafür zum Mittelstürmer werden, auch das dauert 11 Wochen. Wenn wir mal von diesem kleinen Fauxpas absehen, dass ich halt nicht wusste, dass Deal nicht auf dem linken Flügel spielen kann, ist das Ganze aber immer noch eine unfassbar gute Truppe, noch besser natürlich als im Jahr davor. Und vielleicht könnte ja auch das Endergebnis in den Wettbewerben noch besser sein als im Jahr davor. Trotz dieses Fehlers und der relativ wirren Formation im Endeffekt dadurch, sind wir im Juni 2029 angekommen und es lief besser. Und das bedeutet Vizemeisterschaft, zweiter Tabellenplatz, 68 Punkte auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, wie viele hatten wir letztes Jahr, ich glaube aber auch nicht so viel mehr. Irgendwie knapp über 60, neun Punkte am Ende von der Meisterschaft entfernt von BVB. Aber das Ganze ist erstmal ein guter Schritt nach vorne. Für die Champions League damit auch qualifiziert und das ist erstmal die Hauptsache. Müssen wir in den Pokal reingucken, Leute? Ich glaube nicht, wir machen es vollständigkeitshalber. Trotzdem, wir sind natürlich in der ersten Runde ausgeschieden. Wo auch sonst. Zu der letzten Europa League, Salzburg gewinnt das Ganze. Wir waren in der Gruppe leider nur Zweiter geworden. Vorrunde, Valencia 3 zu 2 verloren. Das ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Die Gesamtstärken seht ihr ja selber. Huissen gerade verletzt. Der hat sich jetzt aber auch einfach von Jeltsch überholen lassen. Beide mit einer 84er Gesamtstärke. Mal gucken, was ich da im nächsten Jahr mache. 84 ist aber, glaube ich, auch die schlechteste Gesamtstärke. In dieser Startelf haben wir zwar ein paar Mal vertreten. Ist aber, wie gesagt, das Schlechteste, was wir zu bieten haben. Und das ist richtig, richtig gut. Hoogt hat scheinbar als Mittelstürmer seine neue Position gefunden. 27 Tore, 5 Vorlagen. Keketopp guckt da nur neidisch drauf. Deal mit 19 Scorern und Wanner mit 20. Das siebte Jahr steht vor uns. Das erste Mal Champions League. Mal gucken, was das Budget sagt. Computer sagt Nein und das Budget sagt 82 Millionen Euro. Toller erst müssen wir das Deal Missverständnis auflösen, indem wir ihn jetzt an Brighton verkaufen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wird Brian Gruder, den wir hier von Frankfurt verpflichten, das nächste Missverständnis? Das eigentlich, habe ich die Erfahrung gemacht, in Showdowns auch mit späterer Gesamtstärke, so was sich schon weiterentwickelt hat, dass man ihn zum Flügel umtrainieren kann. Habe ich recht oder nicht? Ist jetzt halt nur die Frage. Ich bin wirklich der dümmste Mensch auf Erden. Das kann man keinem erzählen. Kann man den Deal irgendwie hier rückgängig machen? Wieder wäre das irgendwie möglich? Der einzige Unterschied zum letzten Jahr ist jetzt halt der Fakt, dass die Formation nicht ganz so verkrüppelt aussieht, weil wir jetzt einfach mit einem Stürmer und zwei Mittelstürmer dahinter spielen. Anstelle von zwei Sechserne braucht die Startelf jetzt aber einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Und da feiert Ryan Gravenberg sein Comeback in der Bundesliga hier beim SSV Ulm. Also wir verpflichten ihn von Juve, tauschen den Bamba ein und zahlen nochmal 21 Millionen obendrauf. Wie die Mannschaft aussieht, habe ich euch ja bereits vorgestellt. Mit drei Stürmern vorne, das ehemalige Bayern-Mittelfeld. Also die haben bestimmt mal zusammen trainiert. Paolovic, Gravenberg und Paul Wanner in dem Fall. Gehen wir also rein in die nächste Kalendersimulation der mittlerweile siebten Saison, in der wir also das erste Mal an der Königsklasse teilnehmen. Oh, Bayern geschlagen und Milan im Achtelfinale. Ja, da gehen wir baden. Oh mein Gott, Leute, wir sind angekommen im Juni 2030. Die Saison lief gut, nicht viel besser als die Saison davor. Der letzte Spieltag, Leute. 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Ich habe gerade kurz reingeguckt, wir sind Meister geworden. Und das durch dieses Spiel. Das war der letzte Spieltag. Frankfurt und Ulm haben hier in diesem Jahr um die Meisterschaft gespielt. 69 Punkte beide auf dem Konto bei uns, aber die viel bessere Tordifferenz. Und ey, dieses letzte Spiel hat einfach die Meisterschaft entschieden. Wir schaffen es, also der erste Titel in diesem Video überhaupt. Ich glaube, wir sind davor Relegation aufgestiegen, Zweiter geworden in der Dritten Liga. Und jetzt haben wir den ersten Titel in der Bundesliga. Pokal muss ich euch nicht zeigen, mache ich aber. Vollständigkeitshalber. Ihr wisst, ne? Erste Runde ausscheiden ist Standard. Und zu guter Letzt die Champions League. Gruppensieger geworden im Achtelfinale. Milan gehabt, hatte ich ja eingeblendet. Und ja, da sind wir halt 3-0 baden gegangen. Vielleicht noch 2 Jahre maximal, Leute. Und dann haben wir eine Mannschaft, wo alle Spieler nicht nur eine 90er Gesamtstärke haben. Sondern das bedeutet auch, dass das eine Mannschaft sein muss, die auch die Champions League gewinnt. Was sind das für Gesamtstärken? Alle entwickeln sich richtig gut. Von den Torbeteiligungen hat sich dieses Jahr das alles wirklich sehr aufgeteilt. Wir haben Top mit 23, wir haben Gruda mit 22, Vogt mit 27 und Wanner 21. Packen wir also gar nicht lang rum. Die 8. Saison steht in den Startlöchern. In dieser Saison wollen wir, was die Transfers angeht, uns eher auf die Bank fokussieren. Denn als Champions League Sieger braucht man auch eine gute zweite Reihe. Und da verpflichten wir also Damian König, den Regen von Toni Kroos, Juri Rege als Linksverteidiger, Rechtsverteidiger Backup und Ika Bravo. Dasselbe für alle drei Positionen vorne. Ansonsten bleibt alles wie es ist, denn wir haben nicht umsonst eine gesamte Startelf bestehend aus Nationalspielern. Womit jetzt aber auch erstmal alles gesagt und getan ist und wir in die nächste Kalendersimulation reinspringen. Januar 2031 und der SSV Ulm ist das erste Mal in allen Wettbewerben noch drin. Mal gucken, wie lange der Traum vom Triple noch lebt. Denn unser Pokalgegner ist Frankfurt. Die haben uns in der Liga mies auseinandergeschraubt. Pokal vielleicht eine kleine Rache und die gibt es auch für uns. Wir sind im Halbfinale. Viel wichtiger ist jetzt aber die Champions League. Achte Finalgegner ist Atletico Madrid schlagbar. Kann man aber auch verlieren und es wird ein 1 zu 1 im Hinspiel. Das schmeckt mir gar nicht, weil Heimspiele in der Champions League, gerade so ein Rückspiel, die gewinnt man nicht. Also da muss schon irgendwas passieren. Ohne Vorteil wird es schwer. Mal gucken, ob wir es hier brechen können. Ey, hör mal auf. Im Halbmeterschießen kommen wir irgendwie weiter. Können wir ins Pokalfinale einziehen. Freiburg ist der Gegner. 3 zu 0 und jetzt Real Madrid. Oh mein Gott, schon wieder ein 1 zu 1. Jetzt spielen wir aber auswärts im Rückspiel. Männer, come on, bitte. Bitte auswärts gönnen. Ja, 4 zu 3. Ich dachte schon 3 zu 4 für Real. Oh mein Gott. Und jetzt City. Jetzt City. Wieder 1 zu 1. Ey, wird es der 1 zu 1 run? Und wir stehen im Champions League Finale. Let's go, Leute. 2 zu 1 gewinnen wir das Rückspiel. Und haben es gepackt. Mai 2031. Beziehungsweise Juni 2031. Paris Saint-Germain ist der Finalgegner. Let's go, Leute. Wir haben es fast gepackt. Vorher der Blick auf die Liga. Und wir haben auch die Chancen, das Triple klarzumachen, Leute. 75 Punkte am Ende auf dem Konto. 3 Zähler vor Gladbach. Die jetzt hier völlig aus dem Nichts einfach Vizemeister werden. In der Champions League Gruppe ganz easy Erster geworden. Und dann, ja, Leute. Es war einfach ein absoluter Struggle. Elfa schießen gegen Atletico. 4 zu 3 gegen Real. 2 zu 1 gegen Man City. Im anderen Halbfinale hat Paris einfach mal Benfica komplett weggemacht. Und ja, jetzt stehen wir im Finale. Die Frage, die wir uns jetzt aber noch stellen, ist, haben wir überhaupt die Chance aufs Triple? Jetzt kommt erst mal das Pokalfinale. Gegen die Bayern, die aber auch einen leichten Downfall mittlerweile im Laufe dieses Videos erlebt haben. Gehen wir also rein in die Schnellsimulation. Ach, Mann, Digga. Die haben einfach einen brasilianischen Ribéry, Digga, Ribeiro. Egal, Leute. Schmerzt zwar ein bisschen, aber wir waren so dermaßen schlecht im Pokal dieses ganze Video über. Da wundert es mich auch nicht, dass wir ihn nicht gewinnen. Bevor ich es vergesse, das hier ist die Mannschaft, die dieses Champions League Finale und auch die Meisterschaft, dürfen wir nicht vergessen, auch gepackt hat. Mit Simon also im Tor. Viererketze, wo Jelsch sich einfach irgendwie durchgebissen hat. Am Anfang hat er übelst viel Potenzial dazu gewonnen. Und das hat er behalten bis zum Ende des Videos, sodass er jetzt auf eine 90er Gesamtstärke hoch ist. Und das trotz 81er Potenzial. Auch Himen ist sehr stark. 91, rote, Sonne nur 89, aber das ist immer noch sehr, sehr stark. Pavlovich mit einer 91. Wanner bei einer 90. Und das Offensivtrio alle mit einer 90. Gruder, top sogar 91. Und Vogt, unser Jugendspieler als Mittelstürmer. Absoluter Cheatcode offensichtlich, denn da, ja, er ist unser bester Spieler. 94er Rating, absolut wild. Zeigt auch, warum er unser bester Spieler ist. Zwar nur 26 Tore und 7 Vorlagen, also 33 Torbeteiligungen, aber es ist der beste Spieler. Was soll ich machen, was soll ich sagen? Also es ist immer noch stark. Gegen die folgende Paris Saint-Germain-Mannschaft, die sieht echt nicht verkehrt aus. Geht jetzt also ins Champions League Finale rein. Unfassbar gute Transfers, alle machen Sinn. Auch kein Spieler irgendwie zu alt. Mbappé immer noch vorne drin. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Bin ich sehr gespannt drauf. Umso mehr jetzt also auf Ultimativ, Paris gegen Ulm. Let's go. Ah, Mbappé, nein, bitte nicht. Oh mein Gott, Alter, war das knapp. Ich nicht wohin wusste damit. Ah, mein Gott. Oh, ich hab den so drin gesehen, der ja 100% vom Schick-Warner. Let's go. Paul Wanner, schieß einfach mal von da, Junge. Schieß einfach mal von da. 21. Minute, 1 zu 0 für den SS4-Ulm. Paul Wanner, der Mann, der hoffen Thumbnail sein wird in dem Video. Das sag ich jetzt an der Stelle. Der macht das 1 zu 0, aber auch völlig aus dem Nichts. Nein, Mbappé. Warum läuft der da so durch? Warum läuft der da so durch, Simon? Oh mein Gott. Ich komm gar nicht klar, Dinger. Junge, Junge, Junge. Ey, ich bepisse mich hier aber auch gerade mit Glück. Das kann man gar keinem erzählen. Das ist verboten schon fast. Jetzt aber Mbappé. Und jetzt ist der Ausgleich da. Ach man, die spielen da so gut, so schnell. Da kann ich gar nichts machen gegen. Fugt. Und unser Jugendboy mit der 94. Fugt. Oh mein Gott, Dinger. Was war das für ein Tor? Was war das für ein Strahl? Was mache ich hier gerade für Tore, Alter? Ich bin selber voll überrascht von mir. Jetzt mal Rote auf der linken Seite. Wo ist Top in der Mitte? Keke Top. Wo bist du, Junge? Da ist er. Da ist er. Komm. Hey. Nochmal. Hoch da. Top. Brust. Annahme. Schuss. Tor. Digga, was war das denn für den und der? Nehme ich aber. Danke an. 3 zu 1. Geke Top. Der gefühl, dass das ganze Finale abgemeldet war. Meldet sich jetzt auch mal zum Dienst. Top, Junge. Du hast Platz. Lauf einfach mal. Gegen die Licht. Die Ballrolle. Mehr Skills kann der Bruder, glaube ich, auch nicht. Komm on Top. Setz dich durch. Du hast Körper. Du hast Körper. Und du hast den Schuss, mein Freund. 4 zu 1. Jetzt ist er da. Er hat es gerochen, Leute. Also jetzt im Champions-League-Finale. Da ist er jetzt endlich am Start. Geri, du darfst abpfeifen. Es steht 4 zu 1. Die Nachspielzeit ist schon längst vorbei. Aber nein, natürlich muss er sie weiterlaufen lassen. Jetzt ist es aber vorbei. Es ist amtlich, Leute. Der SSV Ulm gewinnt im Juni 2031 die UEFA Champions League. Nachdem sie also 20 Jahre erst mal zwischen Ober- und Regionalliga sich aufgehalten haben. Jetzt in der Realität der Aufstieg in die dritte Liga. Und wir haben aus diesem Drittliga-Aufstieg und dem möglichen Zweitliga-Aufstieg einen definitiven Zweitliga-Aufstieg gemacht. Und den Aufstieg dann auch in die Bundesliga geschafft. Und von dort an, ja, wozu noch besser und besser. Qualifikation für die Europa League, dann für die Champions League Meister geworden. Jetzt an der Champions League dann, ja, auch weit gekommen. Teilgenommen nicht nur, sondern auch eben weiter als das Achtelfinale gekommen. Das Finale erreicht und jetzt also auch gewonnen, Leute. Das sollte National gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn es der Fall ist, dann sollt ihr Liebe da lassen. Daumen nach oben, vielleicht ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Liked Sachen hoch, die euch gefallen, Leute. Und an der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und wir sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Und wisst ihr? loopern an! Vielen Dank.